So, die Aufgabe ist jetzt hier mit der Drohne die Bikes, die jetzt auf der Landstraße hier diese Runde machen, dann zu filmen. So, die Bikes, die Bikes, die Bikes, die Bikes. Das war einer der rücksten Flüge, die ich jemals gehabt habe, die Berry Airlines. So, jetzt hier in Madrid und schauen wir mal nach der Umstiegsmöglichkeit nach Almeria. Die Connection-Flights sind irgendwie, naja, ich kriege hier keinen Direktflug im Moment nach Alicante und Malaga. Keine Schafe. Jetzt ist es umsteigend. So, hier ein bisschen Zeit zu vertrödeln in Madrid. Gerade mal was gegessen, schöne Timelapse gemacht. Heute extrem müde, weil ich um vier Uhr morgens losfahren musste, damit ich um halb acht meinen Flieger in München kriege. Und dann bist du um halb zwei immer noch wach und stellst fest, scheiße, du musst in zweieinhalb Stunden spätestens losfahren. Hallo. Hallo. Vor dem Start vom zweiten Flug musste dieser abgetroffen werden, weil sie Probleme mit den Instrumenten haben. So, die Kahl ist jetzt für den Flieger. Wir werden die Flugzeuge verändern, also wir werden diesen Flugzeuge verabschieden und proziedeln mit dem anderen Flugzeug. Dieser Stand ist nahe uns, also wir versuchen, diese Zeit zu reduzieren. So, dann schauen wir mal, ob der besser geht. So, die haben es jetzt tatsächlich geschafft, innerhalb einer Stunde den Flieger zu tauschen, inklusive Gepäck etc. Weil drum und dran, die konnten mit dem anderen Flieger nicht fliegen, weil irgendwie eine Problematik mit den Instrumenten bestand. Irgendwie schon ein bisschen scary, aber auch interessant, dass es so schnell ging. So, jetzt steht hoffentlich der Landung in Almaria in ca. 40 Minuten. Nichts mehr im Weg. So, zwölf Stunden nachdem ich von zu Hause aufgebrochen bin, befinde ich mich jetzt endlich im Leihauto auf dem Weg. Zum Hotel, in dem hoffentlich schon eine Dusche für mich wartet. Also jetzt jetzt einmal, das ist Job und der Tag heute ist nicht bezahlt. Das ist meine Freizeit. Das ist eine harte Nummer. Also ich habe mich gerade tatsächlich extrem verfahren. Aber schaut es euch einmal dies an. Wahnsinn. 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 Absolut atemberaubend, was man da sieht. Eine Landschaft und eine Straße, wo man sogar beim selber fahren schlecht wird. Das ist der Ding. Das ist das Ding. Also man hat im Endeffekt eigentlich noch gar nichts gemacht. Aber man ist extrem im Arsch. Es ist jetzt gerade einmal 20 vor 9 am Abend. Ich bin in meinem Hotelzimmer, war gerade Essen und habe noch ein Bier getrunken. Und ich bin sowas von durch. Ich bin sowas von komplett durch. Nach so einem Tag um drei Viertel vier Aufstehen bis jetzt. Und ich habe dann nicht mehr was gearbeitet. Ich bin einfach mal nur hergegangen. So. Das ist quasi lediglich Tag 1. So. Ich habe sowas von dermaßen ausgeschlafen. Ich fühle mich richtig fresh. Ich fühle fresh and clean. So. Wir haben schon gefrühstückt. Jetzt geht es ab zur Rennstrecke. Okay. Morgen. Morgen. There should be a key from Kawasaki from La Paz. Ja. Thank you. Bye. So. Wo steht denn? Wo steht denn? Wo steht denn das da? Halt dich vor schnell rauf, dann brauche ich sie nichts tragen. Ja. Führerschein, Kieger, auf der auch hier so sitzt und was auch immer. Ach! Jetzt geht es so. Na ja, wo steht denn. Dann geht das da oben, was immer. Na ja! So, ich bin hier wieder auf der Ninja Academy, die Leute kommen hier jetzt erstmal ran, tun da einen Kaffee trinken und haben ihre Unterlagen unterschrieben etc. und sind dann natürlich dann später auf dem Landstraßentrip unterwegs. Ich bin ja hier auf der Rennstrecke, warte dann in der Zwischenzeit, bis die wieder zurückkommen und wenn es dann auf die Rennstrecke geht, dann bin ich deren Instruktor und das sind hier jetzt einmal die Straßenmotorräder. Justine 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 Und? Seid ihr schon aufgeregt? Sowieso Sowieso Jetzt haben wir einen Wink in die Kamera Das KS Styling Team aus Illetisen Schleichwerbung auch noch, das kostet aber bei mir dann extra Ja Komm her, ich bin gleich zu Hause Alles gut Jawel Sonst weißt du ein bisschen Werbung machen oder du bist das Genau Ja Sehen ein paar Leute Sehen nur ein paar Leute Also bis später So, zurück bei meinem Arbeitsgerät Der Doppel Air von Kawa Der ZX-10 Doppel Air Das ist eine von 500 Stück, um genau zu sein, die allererste von 500 Das ist eigentlich natürlich ein Das ist mein Arbeitsgerät, mit der fahre ich die Instruktionen hier bei Kawasaki Lass ich mir natürlich auch nicht nehmen, mit der Doppel Air zu fahren Für ein Serienmotorrad ist es extrem geil Weil die hat schon vieles, was ein Rennmotorrad hat Die hat erstens mal auch andere Motorteile Und sie ist auch viel leichter, viel agiler, viel spritziger Motortechnisch, Fahrwerk finde ich Spricht viel besser an, als wie bei der Serie oder bei der normalen ZX-10 Also die Doppel Air ist schon so ein Schätzchen Und deswegen gibt es auch nur 500 Stück Und das ist tatsächlich die erste So, jetzt geht es dann lang ab auf die Rennstrecke Die Bikes von den anderen sind soweit fertig Meine steht auch bereit Ich habe das Leder an Und wir haben uns jetzt alle gestärkt Die Jungs sind ja zurück aus der Landstraße Die sind schon ein bisschen K.O. Aber jetzt zeigen wir ihnen mal Wie der Seguito de Almeria genau ausschaut Bis später!